Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Der gute hier Dune Wildenpferd ist einer der Missionen, wo man leichtfertig teilweise vergessen kann. Ja und tut mir leid, dass ich teilweise abgehackt bin, am Anfang immer nach einer Textsequenz. Vielleicht ist es euch aufgefallen, aber da muss ich ja immer wieder meinen Kommentar einschalten, damit ich mit euch kommunizieren kann. Aber nun gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, ich habe jetzt das eine DLC schon wieder runtergeladen, habe ja das ganze Game mal gelöscht, weil ich mal gedacht habe, ja ich brauche es nicht mehr, ich kann es ja auf der Xbox One zocken. Habe hier allerdings jetzt schon mal alles gemacht, ja es war ein kleines Training, habe sogar schon Level 6 und 7 Erscheinungen gekillt, bin noch nie drauf gegangen, obwohl ich gedacht hätte, ja ich gehe drauf, war aber nö. Wir haben hier einfach ein paar Missionen noch zu erledigen, die wir auch gerne machen werden. Hier bin ich mal hingedackelt, habe natürlich auch die Schnellreisepunkte mal gecleart, damit wir nur noch von A nach B kommen. Und ich glaube von hier hinten kommen wir, wenn man hier ganz nach hinten geht. Aber nun gut, das soll jetzt nicht das Thema sein, das Thema soll dieser Dune sein, oder Düne, keine Ahnung. Verdammter Mist. Zeig mal deine Finger bitte. Bitte, bitte zeig mal deine Finger. Die würde ich zu gerne ansehen. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten, deswegen habe ich versucht sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Hussar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden, dann bezahle ich dich. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß, aber ich will wenigstens eine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay, machen wir doch. Machen wir doch. Kein Problem. Nur ist die Frage, äh... Ja gut, wir können selbst dorthin rennen. Kein Problem. Machen wir. Ich habe mich jetzt auch ein wenig anders angezogen. Über die ganzen Strecken, ne. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch zusammen gemacht haben. Weil das ist dann alles am selben Tag passiert. Die zwei Aufnahmen und jetzt sogar... Äh, noch die Karte gekleert. Ich werde immer besser in The Witcher 3. Vor allen Dingen, wenn man, ähm, die Szenen, äh, skippen kann. Selbst die Anfangsszene da, die zwei, wo man ganz zu Anfang nicht skippen kann, habe ich skippen können. Äh, ha. Lesen. Achtung, Banditen, die sich Temerischen Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen oder ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard, Hauptmann Peter Sargwinlev, oder wie du heißt. Eigentlich haben wir den ja umgebracht, oder so, in Teil 2. Und jetzt ändert sich da gar nichts. Es ist sowas von zum Kotzen, Freunde. Wir haben den umgebracht, wenn wir Triss retten. Im Prinzip. Mann, Mann, Mann. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen Weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Hussar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Okay, Zielgebiet. Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt. Wenn dir genaue Positionen bekannt ist, begib dich ins markierte Gebiet. Ja, klar, machen wir doch. Ja, es wird wieder alles neu aufgezeigt. Guckt euch das Menü hier jetzt an. Ist wieder so, wie wir es kennen von The Witcher, Blood and Wine und so. Äh, selbst, äh, nö, das Meditieren sieht noch gleich aus. Dafür das nicht mehr. Äh, bald kommt noch das Motogen-Scheiß dazu. Ähm, Inventar. Sieht jetzt auch wieder so aus. Handwerkskomponenten. Ja, das sind Inventarfilter. Ähm, für Lebensmittel. Tränkebomben, etc. Und Waffen und Rüstung. Ja, super. Inventarbeschreibung der Gegenstände. Du kannst die Beschreibung der Gegenstände vergrößern, verkleinen, indem du L3 gedrückt hast. Oder die Beschreibung deaktivieren, indem du L3 drückst. Okay. Alles mit derselben Taste. Drücke 4 weg, um in der Vorschau anzusehen, wie ein Gegenstand angegratet aussehen wird. Okay. Also Vorschau gibt es jetzt auch. In der Vorschau kannst du dir auch ansehen, wie Geralt mit Gegenständen aussehen wird, die er noch nicht tragen kann. Aha. Ähm, halte R2 gedrückt oder drücke R2, um im Wertefenster deine Charakterwerte anzusehen. Okay, du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Aha. Aha. Okay. Und jetzt? Ähm, was ist das für ein Trank? Äh, Waldkauz brauche ich nicht. Wolfsstunde senkt vorübergehend die Erfolge. Forderliche Stufe für alle Gegenstände um zwei Relikt. Was? Ähm, keine Ahnung. Äh, zumindest läuft es bei uns. Äh, wir haben hier die Quest-Gegenstände ab jetzt schön eingereiht. Finde ich sehr geil. Hier haben wir die sonstigen Frisalien. Finde ich sehr nice. Tränke, Tränke, Bomben, Öle, Waffen und Rüstungsscheiß. Sehr cool. Ja. Ich muss unterdessen sogar schon mal, äh, ein wenig verkaufen, weil sonst hätte ich viel zu viel dabei gehabt. Mas-Maskript-Zeit der Albedo. Was ist denn das? Alchemisches Rezept. Oder alchemistisches Rezept. Rezepte und Schemas anheften. Aha. Brau ich nicht. Ich würde aber gerne, ähm, ein paar Tränke brauen. Aber kann ich irgendwie nicht. Auch wenn es jetzt alles schön, äh, wie soll ich sagen, eingereiht ist. Man findet also jede Scheiße. Also, wer es hier nicht mehr findet, der braucht echt definitiv Hilfe, Mann. Definitiv. Absurde, ne? Aber selbst das können wir zuhauen. Glossar. Ja. Nicht schlecht, ne? Ähm, hauen wir jetzt mal hier rein. Hallöchen. Puppüchen. Kann ich irgendwie euch helfen? Was? Nee, nee. Nee, nee. Brauche ich jetzt nicht. Ich brauche jetzt Gwen. Äh, weil Ghul und Alghule waren vielleicht hier. Ähm, darf ich mal? Weg dich. So, und jetzt zu dir. Äh, hallo? Darf ich mal? Geh mal hin. So. Das war super. Arm weg und so. Nicely. Scheißli, würde ich sagen. Na ja, nicht für die, aber für uns. Äh, was ist mit dem? Nee, nee. Ja, ich weiß, wie man Hexersinne drückt. Hey, du, der tut so aus, wäre ich nie in einer Mission gewesen. Dabei hat der ja schon andere Spielstände drauf, ne? Wie kann man diese Op... Warte mal. Kann ich das irgendwie ausschalten? Äh, Steuereinstellung. Ähm, Vibration aus, bitte schön. Bestätigung abbrechen, tauschen. Was? Äh, nee, nee. Alternative Steuermotors für Schnellzugriff. Ist alles okay. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Steuernsteuerung, Schema, nö, Spiel. Vielleicht hier. Tutorial, äh, Tutorialnachrichten. Brauchen wir nicht. Äh, automatisches Finalhiebe. Ja, das finde ich sehr cool. Fisch-Augensicht, ähm, Bewegungsreaktion, Alternativ, nö, nö. Äh, automatische Speicherung. Alle drei Minuten, bitte, mein Freund. Nicht alle zehn Minuten, ne. Einfach nur die Geschichte. Das finde ich auch gut. Gewinnschwierigkeitsstufe leicht, bitte. Weil, ja, warum schwer? Wenn man es, ja, auch easy haben kann. Dann kann ich euch mehr Gewinnszeichen, Freunde. So. Anzeige, Anzeige konfigurieren. Spielanzeige ist galieren. Gamma-Wert. Nachbearbeitung. Äh, Bewegungsschärfe. Weichzeichen. Oh, die haben jetzt ziemlich viel eingebaut. Finde ich geil. Das Spiel sieht schon wieder angenehm aus. Und übrigens, Blood and Wine wird auch gerade wieder runtergeladen. Nicht nur Hearts of Stone. Was? Streitkolben brauchen wir nicht. Da hat so eine Blume dran. Wasserflasche, okay. Was ist denn da? Ist er das? Nein, der Nachbarsohn. Der Nachbarsohn, ja, ist okay. Hoho. Na los, Husser. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ich glaube nicht, ne? Immer noch nichts. Ähm, aufnehmen. Was ist das? Brief eines toten Soldaten. Lesen. Gustav, ich möchte dich um etwas bitten. Ich bin der Besitzer einiger wertvoller Gegenstände gekommen. Frag mich bitte nicht wie. Aus Bescheidenheit möchte ich den Helden faden. Was? Ah, heldenhaften Taten, die ich im Kampf für unser geliebtes Vaterland begangen habe, nicht herumposaunen. Jedenfalls ist es so verdammt viel, dass ich die Sache unmöglich alleine zurückschleppen kann. Deshalb habe ich alles in eine Truhe gelegt und diese am Strand begraben, am Fuß der Klippe mit den beiden verbrannten Hütten darauf, dort wo wir immer Krebse gefangen haben. Erinnerst du dich? Ich bitte dich nun um Folgendes. Nimm einen Schuhkarren und eine Schaufel und geh damit zum Strand. Aber sorge dafür, dass dir niemand folgt. Wir werden den Schatz verladen und den Wüse mal verkaufen. Danach teilen wir den Gewinn halbe halbe. Wie es sich in der Familie gehört. Wir sehen uns und vergessen nicht zu niemandem ein Wort davon. Johan oder so. Okay, kein Problem. Können wir irgendwie noch was machen hier? Haben wir hier wieder einen Schatz oder was? Streikolben. Was ist hier? Äh, hast du wieder irgend sowas? Oder was hast du, Hundi? Was hast du, Hundi? Irgendwie finde ich hier aber nichts. Streikolben brauche ich nicht. Ballkopf? Äh, nö. Warum braucht man sowas? Ähm, ja. Und jetzt? Irgendwie haben wir hier nicht viel. Auf diesem Schlachtfeld verloren. Rostiges Verländerschwert. Ich brauch doch nichts Rostiges, mein Freund. Ah, Algule. Oder bisgesagt ein Ghul. Komm her. Und jetzt noch einen richtigen Schwertieb. Ja, in den Arsch. Wundervoll. Das war sehr sexy. Mein Guter. Ähm, ich hab übrigens... Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Okay. Hast du ihn? Na los, Hussar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Scheinbar nicht. Nee, nee. Ach Gottchen. Ähm. Vielleicht hier? Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen. Aber es ist er. Es ist er. Wollte er das sein? Ich. Bastian war groß und breitschulterig. Er hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt es im Feuer. Er hat ihn. Hussar hat seine Pferde. Komm. 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 Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird. Das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören. Du bringst mich um. Meine Rippen. Das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian. Ist er... Hat dieser Nilfgaard dich gefangen? Nein. Er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt. Und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Wenn wir ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein. Der schwarze Blatt hier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Und die Götter mögen dich schützen. Danke vielmals. Danke. Das mache ich doch mit links, mein Kleiner. So. Erfolgreiche Quest abgeschlossen. Hexer-Aufträge. Natürlich habe ich auch die Schema-Taschung gefunden. Jetzt haben wir nur noch die Haupt-Quest und dieser Nebenauftrag. Wo leben wir jetzt hier eigentlich genau? Oder wo sind wir hier genau? Ach, hier oben. Okay. Rennen wir mal kurz hier hoch. Ja, ich habe sowieso noch keine Absude oder so. Mit denen ich alles in die Luft sprengen könnte oder so. Sowas wie, ähm, solche scheiß Nester. Aber okay. Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich vorhin noch sagen? Ich habe irgendwas in meinem Kopf gehabt, das ich unbedingt noch erzählen wollte. Aber ich weiß nicht mehr was. Was haben wir jetzt im Inventar so? Ähm. Ha. Ja, ist klar. Ah, dort unten hat es ein Schinken. Ähm, eng beschriebenes Dokument. Kein Wunder, dass wir diesen Krieg verlieren. Mit solchen Feiglingen als Soldaten. Ein paar Pfeile und Schwünge mit dem Streitkolben hätten ausgereicht, um die Schlacht zu gewinnen. Und uns den Konvoi unter den Nagel zu reißen. Vielleicht haben sie sich so schwer getan, weil sie so viel Wodka dabei hatten. Unsere tapferen Krieger müssen den ein oder anderen Schluck getan haben. Mit offensichtlichen Folgen. Wer doppelt zieht, hat es verflucht. Schwer sein Ziel zu treffen. Ja. Nehmt alles, was wir aufgesammelt haben, mit zum Versteck und verstaut es so schnell ihr könnt. Bis auf den protzigen Paradenscheiß. Den müsst ihr verbuddeln und verbuddeln oder verbrennen. Bestimmt würde man die Abzeichen wiedererkennen. Und dann gäbe es Ärger. Okay. Keine Ahnung, ob das Ärger geben würde. Aber okay. Ich gucke da mal schnell überall durch. Super. Dann ist es schon mal nicht mehr angezeigt. Aber es wird mir auch sonst nichts angezeigt. Von wegen irgendwie Schatz oder so. Irgendwie bei einem Haus oder so. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre hier gerade. Aber nö. Hier den Geist sollte ich eigentlich auch noch besiegen. Hier haben wir noch eine Mission zu clearn. Und so weiter. Was? Warum sollte ich jetzt zu den Nilfgaardern? Hexaufträger bitte. Aber zuerst Schnellreise. Ja, genau. Dort müssten wir hin. Wir gehen jetzt aber hier hin. Was ich auch gemerkt habe, ist, wir haben das Laden hier verschnellert, Freunde. Weil ich bin... Ja, guck das an. Wir laden kaum noch. Das ist sowas von geil. Wenn man nicht bedenkt, dass wir teilweise dreimal laden mussten oder so. Also drei Minuten, sorry. Nicht dreimal, sondern drei Minuten. Das war sowas von nervig hier. Aber jetzt läuft's. Hi, hi. Sorry, ich muss durch. Wenn du mich nervst, kriegst du aufs Fressbrett. Ich sag's dir. So. Und wer möchte noch für zwei, drei Minuten unser Spaß bekommen hier. Ähm, hier. Mit dem haben wir auch noch zu bequatschen oder was zu bequatschen. Sonst taucht er dann ab. Monster aus dem Sumpf. Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist. Aber ich wollte nicht hören. Das hab ich nun davon. Weniger Gejammer. Mehr Informationen. Was ist passiert? Und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexakonex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und kaloppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen. Ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Komisch fand ich nur schon damals, komisch fand ich damals schon nur, dass er hier kein Geldauftrag wollte. Also, wie soll ich sagen? Los, los. Normalerweise würde er Geralt eben was verlangen. Hier war das noch nicht der Fall. Das heißt, der Typ ist sowieso nicht ganz koscher. Hier, gehen wir mal runter. Was haben wir hier so? Okay, in den Sumpf. Kein Problem. War ich vorhin schon. Hab ein wenig gekleert dort. Hey, wenn ich bedenke, wie einfach das hier drin war. Also, ne. Da war ich beim ersten Mal viel schlimmer dran. Ganz im Ernst. Ich wusste nicht, wie mir geschieht hier. Als ich da einfach nur mal draufhauen konnte. Äh, weißt du was? Hier. Ne, ne. So aber nicht, mein Freund. So. Ja, ich hab den Wagen schon gefunden. Aber nicht nur den Wagen ist wichtig, sondern das andere auch hier. Was? Hi. Das gibt ein wenig Training. Nö. Seh ich nicht ein. Sorry. Und ich hab übrigens, äh, wieder ein wenig Sachen geholt. Wie Sonne und Mond. Weil, dann hiel ich mich im Tag wieder. Was ich ziemlich geil finde. So. Monster-Auge und so. Das ist alles meins. Ähm. Hier. Das ist kein Thema. Äh. Wir looten zuerst. Alles, was geht. Ähm. Hier. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Ja, solltest du. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Äh. Das ist er wohl selbst gewesen, ne? Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Jaja, das hast du schon gesagt. Aber, was gibt's denn hier alles noch? Direkt ins Genick. Guter Schuss. Äh. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Ich glaube beides, ne? Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Tja. Scheiße, ne? Wir finden alles als Hexer. Ja, garantiert nicht gebe ich dem das Kästchen zurück. Was will der eigentlich? Der behaarte Typ möchte uns... Sozusagen übers Knie liegen. Mit seinem Scheiß. Was der hier... Warte mal. So einfach dann aber nicht. Ich weiß, dass der in diese Richtung abhaut. Deswegen platzisch die genau dort. Der kommt mir nicht. Ich sag's euch. So. Oh. Oh. Und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Druaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre. Das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Das ist allerdings wahr. Ich hoffe, das ist wirklich für dich. Oh Mann. Du wirst gleich in die nächste Z-Zone irgendwie katapultiert. Ich sag's dir. So. Und jetzt platzi. Andele, andele. Schön übers... Komm mit mir. Wir fliegen über das Land. Mach's dir bequem. Aber schnall dich wieder vorher an. Ich mich gibt... Ja, ja. Mann. Ich zeig dir die Welt, sobald sie gefällt. Und du strahlst zu. Helbi, die Felgen. Yeah. Ich muss ihn hier wegbringen. Der hat das überlebt. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davonreiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. Sechste Temerische Division. Zweites Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht. Und können für einen freien Norden kämpfen. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests andenken. Machen wir doch gerne. Machen wir doch gerne. Ja, ey. Ich möchte auf Plötzi. Wo ist Plötzi? Plötzi. An die Kasse melden. Sofort. Bevor ich noch durchdrehe hier. So. Weltkarte. Wir brauchen zunächst... Ähm... Ja. Ein anderes Ziel. Was ich... Nebenquest oder besser gesagt Hexerquest nennt. Teufel beim Brunnen. Eigentlich haben wir... Ja, die zeigt schon mehr als rum. Haben schon 27 Minutes hinter uns. Darf ich mal. Aber da ich im nächsten Part direkt... Mit dem guten Zeug anfangen will. Das heißt mit den guten Missionen. Mache ich die jetzt auch gerade noch. Hallöchen. Äh. Halt. Das ist das Kräuterhäuschen. Von der guten alten Schabracke hier. Von ihrer Schwester auch noch. Ähm... Ja. Hier. Da ist ja... Wozu hast du denn sonst hier einen Garten, ne? Wenn man es nicht mitnimmt. So. Alles sehr cool. So. Wolfsbahn. Alles in Ordnung. Hier. Dankeschön für die ganzen Kräuter hier. Das finde ich immer sehr cool. Wenn wir Geschäfte machen können. Nice. Also. So möchte ich immer gerne einkaufen gehen. Gratis. Einfach mal schnell. Hups. Das sind meine Blümchen. Aber was abgeschlossen, mein Freund? Warum? Ich meine... Ich meine... Äh... Häuschen abgeschlossen, wenn wir sowieso da durch müssen. Ah, okay. Dann machen wir das mal hier. Gehen hier mal lang. Gucken uns hier noch rum. Hallo Häuschen. Ah, dort unten hat sie auch noch so einen... Möchtegern Missionsjob. Den wir erledigen müssen. Mit einer Bratpfanne. Den lustigsten Job überhaupt. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein. Der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben. Denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, Meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren? Vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd. Und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Oh, Mann. Ein Pfannenauftrag, meine Freunde. Äh, muss ich die Türe wirklich aufbrechen? Na dann. Sorry, Mütterchen. Ich wollte nicht, aber ich musste. Dass sie uns nicht einfach den Schlüssel gegeben hat oder so? Hat sie ihm etwa auch die Schlüssel gegeben oder wie? Sehe ich nicht gerade ein. Aha. Wir nehmen das natürlich jetzt auch gerade mit, weil das kann man verkaufen. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Ja. Eine blitzblanke Pfanne. Monokel mit Sprung. Interessant. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Ein Silbermonokel. Aha. Phosphor. Wozu braucht man in einem Haushalt Phosphor? Welena Langschwert. So. Und was hat man zu dem Kollegen zu sagen? Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Okay. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Hä? Was heißt denn, er redet auch nicht mit sich selbst eigentlich. Er wiederholt nur das, was er sieht. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Okay. Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert. Bin mir nichts als meinen verfluchten Schwanz in den Händen dargestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die Nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du, unleserlich, sagte deinem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen, aber dass sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat. Werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen? Keine Ahnung. Hast du die Pfanne gefunden? Fast. Die steht vor uns, würde ich sagen. Mal gucken. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Leider ja. Aber sauber intakt, würde ich sagen. Viel besser entstand, als du sie vorgefunden hast. Also gut, Mädel. Ich nehme das nochmal hier mit, Phosphor und Holz. Und würde sagen, wir gehen hier wieder, nachdem wir mit dir gesprochen haben. Was hast du hier drin? Dunkelessenz oder so? Keine Ahnung. Was du damit hier machst, aber egal. Hier, keine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrust. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat Eilens ein paar andere Dokumente verbrannt. Und, und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal. Du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen. Für die Reise. Danke vielmal. Vielen, vielen Dank. Ich brate mir einen Weißfisch. Jetzt kannst du dir wenigstens wieder ein sauberes Omelett brutzeln, weil deine Pfanne wieder sauber ist. Würde ich doch glatt geil finden, wenn nicht du wäre. Und jetzt gehen wir endlich zu der letzten Mission für heute. Die Folge wird übrigens, vielleicht werdet ihr es im Titel schon gesehen haben. Ähm, die, ähm, Weißgarten-Nebenmissionchen oder so. Weil, ja, wie ihr seht, sind das alles Nebenmissionchen gewesen. Ist ja auch logisch. Ich weiß, ich bin nicht gerade irgendwie konservativ oder so oder sonst was. Aber, das muss doch reichen. Odolan, was hast du? Sei gegrüßt, guter Mann. Ich hab gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt dir dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Honey ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Nur daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult. Als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alp. Wenn du sie nicht verjagst, Meister. Wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Gut, dann ist das geklärt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Machen wir auf jeden Fall. Man hätte maximal 28 Münzen von ihm verlangen können. Das möchte ich allerdings nicht, weil... Ich bin ein netter Hexer. Ihr kennt mich hoffentlich. Wie ich... Also was ich für ein Hexer bin. Und ansonsten tut ihr mir leid, wenn ihr mich nicht kennt mittlerweile. So, komme ich irgendwie hier rein? Nö, noch nicht. Kommen wir später auf jeden Fall noch dazu. Komm mal, ja. Danke, Plotzi. Ich finde... Ach ja, übrigens, wenn man sich für kein einziges Lieb entscheidet, dann habt ihr am Schluss Ciri im Haus. Nur so nebenbei. Vielleicht werde ich das über den PC machen. Das heißt, ich werde mich für weder Triss entscheiden, noch für wen anders. Nur so am Rande. Noch für Enefa. Der berüchtigte Brunnen. Ja. Seltsam. Keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Ja, ja, ja. Kein Problem. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Ja, und? Brandspuren sind nichts Außergewöhnliches. Das Gras um den Brunnen ist passiert. Das hingegen schon. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung. Sag ich doch. Ähm. Jetzt hier hat sicher noch was. Teufel beim Brunnen. Aha. Interessant. Ich weiß, dass es hier irgendwas noch hat. Oder hier unten. Aber nun gut. Wir gehen mal in die Häuser. Und looten sonst alles, was wir hier können. Ah, Alkoholnest jetzt. Sehr cool. Um unsere Bomben und so wieder zu regenerieren. So, Alkoholnest. So. Nice. Was gibt's hier? Und der Talg. Oh Gott. Hey, ich bräuchte hier ein wenig Licht, mein Freund. Aber okay. Zum Glück haben wir die Hexersinne. Da sehen wir einigermaßen was. Ah. Vergiltes Tagebuch. Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. 27.03. 250. Also 1250. Sorry. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Wiesema Beschwerde über alle Missstände gegen den Lenzherren eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entlöst hatte. Wie er Betrunkene unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Was? Nun bekommen wir endlich, worum wir Melitele in so vielen Gebieten angefliegt haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns alle Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freier Mensch leben. Okay. Oh Mann. 12.04. Äh, 1250 im 12.04. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Volker hat unser Heim mit Haltzweigen ausgeräuchert. Um das Böse auszutreiben und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt. Das Hübscheste, das ich je sah. Motta sagte, er sei töricht. So viel für Schmuck auszugeben. Wenn wir keinen Pflug und keinen Haken haben und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. 23.04. Also gut elf Tage später im gleichen Jahr. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so. Ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Okay. Ein Tagebucheintrag einer jungen Dame, die wahrscheinlich sich getötet hat, nachdem sie wieder nach Hause gehen sollte oder so. Oder irgendwie zu diesem anderen Volltrottel. Keine Ahnung. Gibt ja öfters noch. So eine Zwangsverheiratung und dann, ja. Let's go und so. Du musst dich fügen und so. Nee, nee. Es gibt Leute, die sind nicht so drauf. Die bringen sich locker mal um dafür. Tja, und dann haben, also, dann hat niemand was davon. Nicht mal der gute von und zu Kaiser oder so. Art. Äh, das war nicht Art, mein Freund. Das war Art. Supi. Wasserflasche. Was gibt's da noch? Tabakpfeife. Und, was ist das? Hallo? Mhm. Nicely scheißly, würde ich sagen. Und wir sind hier durch. Jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass ich hier mal reingucken kann. Oder besser gesagt, hier mal was angucken kann. Weil wir müssen mal hier rein. Tschüssi. Ähm. Was gibt's denn hier so? Ah, wir können noch tauchen. Ganz genial. Zwergen schnappsen zu. Da gibt's auch noch was. Verziert das Armband. Das haben wir jetzt auch. Nice. Äh, Geralt, hochtauchen, danke. Äh, wo müssen wir hier hoch? Das wusste ich zum Beispiel das erste Mal auch nicht. Ah. Ich komme nicht ran. Jetzt können wir die Leiche auch hochziehen. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Ja. Das Armband muss der Frauen umgehört haben. Das stimmt. Und sie hat sich umgebracht. Deswegen. Wie gesagt. Ja, das ist der einfachste Tod, Freunde. Ähm. So. Jetzt müssen wir hier rein. Liest den Eintrag über die Mitternachtserscheinung. Im Bestiarium. Okay, machen wir. Äh, Bestiarium. Geister. Erscheinung. Mittagserscheinung. Ja. Die brauchen wir nicht, aber sie sind mit Erden zu schlagen. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden. Durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ja, das kommt noch dazu. Äh. Was? Was? Hier unten ist hoffentlich nichts mehr, außer das Ding da. Sonst würde es ein wenig scheiße aussehen. Hier unten ist nix, außer der Ausgang, würde ich sagen. Weil wir müssen hier unten durch. Auftrag beim Brunnen oder so. Nice. Aha. Danke schön. Ja, ich gucke mich lieber zweimal um, als dass ich danach hier was liegen lasse. Seht ihr? Hallöchen. Ah, Explosiver Bolzen, ne? Wo führt es da unten hin? Aha. Das ist nur so ein Zwischenstopp. Wir müssen sogar da durch. Okay. Das machen wir doch glatt. Wenn man das natürlich nicht weiß, was man hier zu tun hat, kann man das zwei-, dreimal machen. Ne? So, wir sind auf jeden Fall schon wieder draußen, der Teufel beim Brunnen aktualisiert. Ähm. So. So. Jetzt können wir noch weiter gucken, was denn hier so der Fall ist mit dieser kleinen, aber feinen Trulli. So. Ah. Jetzt sehen wir hier noch sowas, wie Blut und so. Gut. Lieb ich sowas? Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett überrascht. Ist auch nicht schlecht. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nichts seines. Von wem dann? Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Haha. So einfach geht das? So lieb ich das natürlich. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebt. Ja. Leider, leider, leider. Aber ist egal. Das ist ja schon lange Zeit her. Jetzt gehen wir hier noch gucken. Klar machen wir das Ganze hier. Und nicht nur irgendwie halbbatzig. Hallo? Irgendwie ist hier nichts drin, ne? So. Das hat sich jetzt auch aktualisiert. Nice. Hier steht's wieder jetzt plötzlich. Art. Äh. Das ist nicht Art. Das ist Art. Und selbst da haben wir schon alles gecleared. Und jetzt kommt nur noch hier was. Zum einen hier. Blutspuren. Fast verblichen. Aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Aha. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Breites, beckenschmaler Kiefer. Eine Frau. Rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss noch mal nachsehen. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Und das Armband. Egnie. Und da ist die Wüte von und zu. Schreckschraube. Und das ist auch sozusagen unser Final-Boss-Gegner. Ich glaube, es hat geklappt. Und wie es geklappt hat, ist der Mann nur Stufe 3. Erden. Fang sie mit dem Erden. Oder fang es mit dem Erden. Das geht ja um so schnieker. Wozu brauche ich Tränke? Ich bin sowieso schon zu mächtig. Ja, 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 ja. Jetzt gleich zu dritt kommen. Und sich selbst noch mal versuchen zu heilen. Ja, 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 ja. Und uns Leben abziehen, ne? Du dreckige Schlampe. Komm her. Du wärst in Feuer flambiert. Ich hoffe, du weißt, was jetzt zu tun ist. Du stirbst. Ja, 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 ja. So. Komm noch mal her. Komm noch mal her. So, jetzt viel Spaß am Sterben. Tüdelö. Auf Nimmerwiedersehen. Ja. Dankeschön. Forever alone. Nimm die Trophäe an dich. Ist das die Trophäe? Ja. Darf ich? Oh, ja. Kehre zu Odolan zurück, um dir deine Belohnung zu sichern. Oder zu erhalten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oder zu holen. Wie es da steht. Ja, und wir haben heute ziemlich viel geschafft. In 50 Minuten, kann man gut sagen. Wenn man jetzt die kleinen Eskapaden nicht anguckt und so. Ja. War auf jeden Fall eine geile Scheiße. Kann wir im nächsten Part gerne wiederholen. Wenn es denn wieder heißt, The Witcher 3. Auf jeden Fall. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire. Volker. Klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohnmeister, Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoß auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies als Glücksbringer. Kein Problem. Da ich ja selbst Vater bin, wie gesagt, kann ich nicht von einem Vater irgendwie Geld dann nehmen. Tut mir leid. Das kann ich nicht. Wenn er selbst kaum Kohle hat. Ich habe ja selbst kaum Kohle. Hier. Bist du die Tochter? Schlaf nicht am Boden. Kauf hier ein Bett, Mann. Ohne Witz. Ey, meine Tochter müsste nie am Boden pennen. Und wenn ich mir irgendwie das Bein ausreißen müsste. Heilige Mutter Maria. Kauf hier ein verficktes Bett oder so. Dann tritt das Bett, passt hier locker rein. Hier an die Wand am besten. Genau hier an die Wand. Mehr sage ich dazu nicht. So. Es hieß die Kräuter, Olle. Soll was haben für uns. Wo ist die Kräuter, Olle? Ich glaube, das ist die hier. Ne. Gehen wir mal kurz. Aber ich möchte zuerst noch gucken, was jetzt dort abgeht. Eigentlich wollte ich ja die Folge benden vorhin gerade. Aber wenn die natürlich immer mit sowas kommen, muss ich da mal kurz nachgucken. Hier ist gar nichts. Schade, schade. Ähm, dann hier mal drüber. Plötzi. Machst du mal. Sonst bin ich eher dort. Ja gut. Das ist schon zu spät. Was? Ihr Wölfe braucht unbedingt wieder was aufs Dach, ne? Ja, komm. Komm, Wolfi. Komm. Ich möchte sehen, wie ihr stark seid. Kommt. Ja, ihr seid nicht meine ersten, Wolfis. Ich habe auch schon einen Bär gekillt. Nur so nebenbei. Ein Bär ist um einiges stärker als du. Muss ich sagen. So. Danke. Danke. Was ist mit dir? Rohes Fleisch. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ähm, haben aber immer noch Brot und Wasserflaschen. Die sollten auch genügen. Äh. Hey, Kräuterfotze. Hast du noch was? Ne, warum auch? Warum sollt ihr auch zu der Kräuterfotze können? Ja, ist okay. Leco mio stronti di puttana nonnen. Geh mir einfach aus deinem Weg. Ich muss jetzt hier zur Kreuzung. Und. Zu Nilfgaard. Dann wissen wir auch schon, was wir im nächsten Part so klären müssen. Und zwar. Wir müssen Yennefer finden. In der Nilfgaardischen Gartison. Auch wenn sie dort nicht ist. Wir machen es trotzdem. Wir haben ja keine andere Wahl. Danke fürs Zusehen, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tödelöp. 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 Tödelöp.